Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute zeigen wir euch Monopoly Junior. Genau und das ist die My Little Pony Edition. Ja, von fünf. Ab fünf Jahre und das habt ihr ja vielleicht gesehen. Und vier Spieler. Für zwei bis vier Spieler. Das war in der meine Spielzeugkiste. Flummi. Flummi geht unterm Tisch durch die ganze Zeit. Und so sieht das Spielfeld aus. Ja. Es gibt vier Pferde. Wir haben jetzt hier drei, weil wir sind drei Spieler. Ein Würfel. Dann hat jeder in der Farbe seines Ponys acht Regenbogen. Jeder kriegt einen Stapel Geld. Wir haben uns jetzt 16 Herz-Dollar ausgezahlt. Da drüben ist die Bank. Hanna ist die Bank. Ja. Und dann gibt es die Straßen. Was beim normalen Monopoly die Straßenkarten sind, sind bei uns Ponys. Der da drauf gelangt ist, muss hier sein. Der muss ins Gefängnis. Dann gibt es die Ereigniskarten oder hier heißen die Schönheitsflecken-Clubkarten. Und es gibt die Buchbox. Da landet immer Geld drin. Und wer auf so ein Feld kommt, der darf die Buchbox leeren. Ja. Und das Geld zu sein. sich das Geld nehmen. Genau. Ja. Und wir fangen jetzt erstmal damit an. Ich bin weiß, Mama lila oder rosa und Papa ist orange. Genau. Und in der Tüte, in der Packung ist noch gelb. Richtig. Das ist noch ein gelbes Pferdchen. Und womit fangen wir jetzt erst einmal an? Die von ich auf den Fädern verteile. Genau. Ich sag, wie viel es hier gibt. Normalerweise wird das jetzt so gespielt. Hier. Die Karten werden verteilt und wer denn als Schnellster alle Karten hingelegt hat, darf anfangen. Genau. Aber wir spielen das anders. Ich möchte alle hinlegen. Wir machen das so, dass hannah alle hinlegen darf und bei uns darf die jüngste anfangen genau und ihr schaut einfach mal zu und wir sagen immer zwischendurch was denn wir gesundheit 4 so genau und hannah muss jetzt trick sie kaufen das pferdchen und muss dafür ein herz taler in die bank geben ich habe trick sie runter geschmissen tut mir leid genau ließ sie mal hier vorne hin das ist deine oder leg sie dahin was musst du jetzt drauf tun auf das feld dein damit man sieht dass es dein dein pferd ist ein regenbogen genau die regenbogen unterscheiden sich ein bisschen ihrer ist mehr weiß meiner ist mehr pink und papas ist mehr orange jetzt ist papa dran bin ich dran sechs ich gehe mal für die 1 2 3 4 5 6 ja papa ist nur zu besuch im gefängnis da muss man nämlich nur rein wenn man hier drüben raufkommt zwei dann kaufe ich mal eben foto finnisch für ein herz dollar in die bank buchbox aber dies leer da hat ja noch keiner was reingetan da freut sie sich was hat papa 5 gehen wir mal mit papa sein immer mit meinem pferdchen 5 1 2 3 4 5 was ja noch bezahlen 2 da steht immer unten auf den karten drauf was bezahlt werden muss und dann kommt mein ich war zuerst das ich bin nur zu besuch im gefängnis anna wieder dran du kannst sie kaufen muss kaufen du musst sie kaufen genau für zwei herzen kannst du prinzessin cadence und kaufen das ist auch deine tricks zwei herzen an die bank genau das sind zwei gibt der bank bloß nicht zu viel genug ja die kriegt genug von uns im laufe des spiels und dann macht einen regenbogen noch auf damit wir nachher wissen dem was gehört ich darf anna kaufen warum seid ihr eigentlich so schnell und muss drei stück bezahlen 5 1 2 3 4 5 kommen jetzt muss ich an papa zwei herz dollar bezahlen weil hier seht ihr hier unten ist eine 2 ist eine 2 genau da musst du bist wieder schnuppig entschuldigt unsere waschmaschine schleudert das haben wir eben erst festgestellt eine schönheitsflecken club karte gehe zu einem hellblauen feld wenn es niemanden gehört bekommst du es umsonst ansonsten behält der besitzer es und du bezahlst ihm ein herz dollar ein hellblaues feld guck mal ob das noch frei ist ob ein hellblaues noch frei ist ja das heißt du kriegst prinzessin luna kannst da deinen regenbogen rauf legen und nimmst papa da hin oder wie und darfst das behalten das ist immer cool hast du glück gehabt was habe ich 6 1 2 3 4 5 5 5 herz dollar muss papa bezahlen das fängt mit den günstigeren pferdchen an bis hier zu den teuren pferdchen wenn man die teuren pferdchen besitzt dann heißt das natürlich auch dass die anderen die darauf kommen mehr geld bezahlen müssen ja ich habe ja immer langweilige felder du bist schlucki darf sie wieder frei parken ja 5 1 2 3 4 5 wem gehört das mir dir selber da hast du aber glück gehabt ich habe gedacht ich muss auf 6 1 2 3 4 5 6 papa muss dir 1 dollar bezahlen aber erst kriege ich aus der kasse 2 dollar ja richtig weil ich über losgekommen bin genau wenn ihr hier rüberkommt dann aber ihr zwei herz dollar von der bank die bank schläft grad das sind das ist dein geld papa kriegt zwei davon und 1 darfst du gleich bei 1 darfst du gleich bei dir hin zu dir so und ich darf flatter shy kaufen für drei herzen 1 2 3 für die bank bitte bitte schön und mein regenbogen du bist 4 1 2 3 4 ja dann kriege ich mal gleich drei herzen von dir oh nee es sind sogar genug 6 6 gehst du mal mit papas pferdchen 1 2 3 4 5 6 ist auf seinem eigenen ha mein eigenes 3 1 2 3 das ist papas jetzt kriegst du wieder deine ach nee das war ja von Hanna genau jetzt kriege ich wieder 3 Schaler Hanna ist rein 2 1 2 3 3 dollar in die kasse das gehört niemand jetzt gehört es dir 3 stück in die kasse ich kann sind das 3 gewesen ja und leg deinen regenbogen rauf ja die taler sind so ein bisschen dünn wo da wo du stehst schnocki deshalb was habe ich 4 1 2 3 4 soll ich lesen ja liest du bitte für mich geh zu einem pinken Feld wenn es niemanden gehört bekommst du es umsonst ansonsten behält der besitzer es und du bezahlst ihm 2 Punkte habt ihr ein Glück ihr beide Entschuldigung Papa randaliert erstmal er schmeißt alle so ich randaliere so mach mal 5 1 2 3 4 5 so 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 4 zahlen ne 5 1 2 3 4 5 an die Bank Dankeschön bitteschön die Dame jetzt bist du Dankeschön bitteschön 5 1 2 3 4 5 5 oh hey du hey du ist nichts drin ne haben wir noch nichts reingelegt was habe ich eine 3 3 geh es mal mit Papa oh oh 1 2 3 wem gehört das Feld Mia du musst 2 geben Danke doch ich bin dran ne 3 hier 1 2 3 so ich krieg 2 das ist deins ne das ist deins von der Bank genau 2 von der Bank weil ich über los gekommen bin und ich gebe direkt mal 1 zurück weil ich das Pferd nicht kaufe ne 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 in die Bank in die Bank 2 1 2 genau jetzt musst du 5 Herzen an Papa 5 an Papa geben das tut weh hast du überhaupt noch so viele doch hat sie na klar 4 und 1 noch das sieht aber gut aus bei dir noch ja Hanna hamstert ordentlich Geld so 2 Papa darf freiparken 1 1 das ist mein eigener anscheinend das ist lila 1 3 1 2 3 du musst mir ein Herz geben und darfst dir 2 von der Bank nehmen weil du ach ne einen noch und darfst dir 2 von da drüben nehmen 1 so ich würfel schon mal das ist deins weil du hier über los gekommen bist was habe ich drauf Hanna ne 2 1 2 bitte 3 Dollar an mich nein ich dachte ich hätte das nein das ist ein rosa Regenbogen rosa bin ich rosa bin ich oh oh ich habe ja immer Glück bei den Karten gehe zu einem braunen Feld wenn es niemandem gehört bekommst du es umsonst ansonsten Behälterbesitzer ist und du bezahlt ja das bin ich ja selber ich gehe nur einen Schritt zurück das ist mein eigenes Feld ja du bist schnucki ich 2 du bist auch auf deinem eigenen 2 wenn ich jetzt 3 werfe bin ich hier 5 achso du bist ja 1 2 3 3 4 yeah hast du ein Glück wieder ein neues Feld Pinkie Pie Pie das bin ich nämlich nicht Pinkie Pie Pinkie Pie die Mama ist Pinkie Pie Pinkie Pie 4 in die Kasse Dankeschön 1 2 3 4 ich bin wieder nur zu Besuch ich gehe jetzt mal zu Besuch ins Gefängnis wenn ich meine Runden drehe 5 1 2 3 4 5 guck mal heute kommst du ständig da rauf und da ist nichts drin und da ist nie was drin beim letzten Mal war so viel drin 4 wer denn hier geschossen 1 2 3 4 5 6 du gibst Papa 2 2 Hertz Dollar aus der Bank so wow weil er über los gekommen ist deine selber hallo ach die die ich selber bezahlt habe meinst du ich leiste dir Gesellschaft Dankeschön 1 2 wem gehört das Papa Papa hamstert unser Geld wie viel kriege ich von dir 2 2 das ist wie 2 mal über los gehen 1 oh nee bitte noch 1 dafür nimmt Mama mir das wieder ab 1 oh du kriegst von mir Geld Schnuggi Dankeschön das ist mein Geld ist das meine Karte ne die gehört noch gar keinem die lass liegen die hat noch keiner gekauft wie viel hast du 3 1 2 3 wer ist das ich bin von hier 1 2 3 ja ich bin von hier gegangen also nochmal 1 2 3 genau und jetzt kriege ich 3 Herzen und jetzt ich bin von hier ich bin von hier ich bin von hier ihr kennt gar keine Schallplatten mehr wahrscheinlich nein wo ist da da 2 hop hop du musst an Hanale 1 zahlen mach ich doch gerne Schatz bitteschön ist deiner genau 5 1 2 3 4 du kaufst dir einen neuen Hut zahle ein Herz in die Buchbox na endlich ist da mal ein Dollar drin äh ein Herz ein Herz ein Herz-Dollar so Schnucki du bist 1 oh noch eine Karte zahle einen Herz-Dollar in die Buchbox und bei unserem Glück tut Papa die gleich wieder ausleeren ne erstmal kommt er auf sein eigenes Feld achso ich bin ja oh oh Mama kommt ins Gefängnis ich muss ins Gefängnis kann ich jetzt mehr würfeln 4 oh super Hanna 1 2 3 4 5 das ist ähm das ist Rainbow Dash 4 Herzen musst du dafür bezahlen oh oh mir alleine wie viel hast du noch äh genau 4 hast du ein Glück in die Bank ich sortier mal warte und ich leg mal einen Regenbogen auf ich hab keine mehr ja nö aber dafür hast du auch jede Menge Pferdchen gekauft so ganz viele neue na ne die musst du jetzt einsammeln was hab ich im Mäuschen 5 machst du mal für mich eine 5 Papa darf frei parken 1 2 4 5 und ich muss 1 Dollar bezahlen damit ich aus dem Gefängnis komme damit überhaupt wieder bitteschön bitteschön 4 äh muss ich das da ja ist richtig in die Bank 1 2 3 4 guck mal und ich muss dir 2 Dollar bezahlen die gehören dir die gehören dir ja dann kann ich ja endlich wieder weit jetzt ist 6 wo bist du hier ne 1 2 3 4 5 6 was ist hier denn passiert mit Orkan eingeschlagen ich schätze mal der gehört hier drüben hin so du kriegst 2 Dollar weil du aus der über los gekommen bist und einen krieg ich gleich davon einen krieg ich und du darfst dir 2 nehmen aus der Bank weil du über los gegangen bist und Papa ist schon wieder ich das ist doch mal ein schnelles Spiel ich hab nur noch 3 4 ich hab nur noch 3 1 2 3 4 und Papa muss dir 3 oh Herzen bezahlen bei mir geht's zugrunde das ist doch super bitteschön danke 6 1 2 3 4 5 6 guck mal was ist denn jetzt los du musst dir auch ich muss dir auch 3 sein guck dir das mal an du bist du Hase 2 das ist dein eigenes weißt du das? 1 ich war hier 1 2 genau aber das ist dein eigenes Feld Papa hat einer 6 ich bin hier rein oh oh ich krieg 5 Herzen 1 2 das sieht nicht gut aus 3 3 4 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 5 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 6 Du musst Papa zwei aus der Kasse geben. Dann hast du wieder mehr Geld. Ja, und einen kriegst du gleich. Oh nee, aber bitte schön. Danke. Da. Eins ist mein eigenes. Hier hin. Ja, ist deins. Du bist Schnommi. Mein Geld aus der Kasse. Du bist Hasse. Ja, die Box ist so ein bisschen störend, finde ich. Fünf. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau, du musst an Papa drei Taler zahlen. Jetzt kriegt er wieder ein bisschen Kohle. Ach nee, er ist ja dran. Drei. Ja. Ich hab dafür noch mehr. Als ihr. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich krieg erst mal zwei aus der Bank. Aus der Bank kriegt Mama zwei. Geh zu einem grünen Feld. Wenn es niemandem gehört, bekommst du es umsonst. Ansonsten behält der Besitzer es und du bezahlst ihm vier Punkte. Äh, vier Herzen. Was gehört? Ja. Ich hätte natürlich auch Papa das Geld geben können. Jiffi. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Aber ist nichts drin, ne? Nix. Ich hab schon wieder geklaut. Eine Fünf. Eine Fünf. Gehst du mal mit Papa fünf? Auf Freiparken komme ich. Auf Freiparken komme ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Vier. Wo bin ich denn? Eins, zwei, drei, vier. Du bist Hase. Ich bin der Hase. Du bist der Hase. Ich bin der Hase. Eins, zwei, drei, vier. Drei, vier. Da. Du darfst dir zwei Herzen aus der Bank nehmen. Jiffi. 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 Und musst mir ein Herz geben. Von deinem Geld. Okay. Ich hab nämlich schon so viele, da kann ich mal einen weggeben. Nein. Weil ich so viele hab. Ja, das stimmt. Warte kurz. Eins. Ne, das sind zwei. Einer lang mehr. Ja. Und die zwei kannst du bei dir aufpacken. Dass du nicht durch den Tüdel kommst. Du hast einen Schal verloren. Zahle drei in die Buchbox. Nee. So viel für einen Schal. Das ist richtig viel. Mhm. Ich leg das mal oben drauf. Eins. Nein, in die Box. Dann tue ich in die Box. Ich krieg bitte zwei Taler aus der Bank. Oh nein, nicht schon wieder. Dankeschön. Sechs. Oh, guck mal, aber eine Sechs hast du schon mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt muss ich nur noch zwei geben. Gibst du Papa mal zwei Taler? Ich krieg Kohle von dir. Zwei. Nicht aus da, von dir. Zwei. Danke schön. Sechs. 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ohhhh. Ohhhh. Papa kriegt sein Geld wieder. Nenno. Ich bin. Oh oh. Oh oh. Mama muss wieder was reinzahlen. Ich. Du kaufst ein Hochzeitsgeschenk für Shining Amour und Prinzessin Cadence. Zahle drei in die Buchbox. Yippie. Wie? Was heißt hier Yippie? Dann. Ich bin bald Abend wie eine Kirchenmaus. So, jetzt hast du die Chance. Kann ich jetzt zwei? Mhm. Ne. Drei. Bis auf deinem eigenen Feld. Eins, zwei, drei. Dann hab ich aber noch mal Glück. Was hab ich nicht? Du gibst zu Papa mal zwei. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Anna, du warst ja lieb, aber du hast mir ein zu viel gegeben. Oh, Papa ist wenigst ehrlich. Zwei. Eins, zwei. Gras. Sechs. Eins, zwei, drei. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ist dein eigenes Feld. Zwei. Oh ne. Wie musst du zahlen? An Papa. Du bist. Ich bin die Einzige, so viel Geld. Zwei. Oh ne. Zwei. Zwei. Drei. Zwei. Zwei. Eins, zwei, drei. Zwei. Wie komme ich denn hier wieder raus? Oder? Ich bin in der Pflege. Für gute Fellpflege zahlst du ein Herz in die Buchbox. Ein Herz. Vier. Hm. Ein Herz in die Box. Wenn ich meins will. Papa hat? Vier. Oh oh. Gehst du mal vier mit Papa? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hallo. Vier. Und wem gehört das? Dir. Ah. Eins, zwei, drei, vier. Ich kann auch schon nicht mehr Klammer zählen. Ne. Eins, zwei, drei ist du nur. Hier stand ich. Ne, da stand ich, ne? Ja. Achso. Vier. Kann auch nicht mehr zählen. Gehe zu einem roten Feld. Wenn es noch niemanden gehört, bekommst du es umsonst. Jetzt weiß ich wie das passiert. Äh. Ich war da. Ich durfte nicht. Haben wir jetzt eigentlich alle Pferdchen? Da fehlt noch der, 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 ja. Ach ne, hier drüben ist noch ein Pferdchen zu verkaufen. Ein Pferdchen haben wir noch. Ja. Jetzt ist aber erstmal Hannah dran. Auf die Nase geplumpst. Ja. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Oh, vier Herzen an Papa. Das tut weh. Von der Bahn? Ne, leider nicht. Ne, nicht von der Bahn. Die musst du selber lönen. Fünf. Fünf. Eins zu vier. Genau. Dankeschön. Bitte. So warte, umdrehen wieder. So. Und jetzt würfel ich. Was hab ich? Du kommst mir eins. Eins, zwei, drei, vier. Kannst... Uh. Papa muss dir gleich drei wieder zurückgeben. Bitteschön. Drei Stück zurück. Dankeschön. Mama hat schon wieder einer. Du kommst aus dem Gefängnis frei. Behalte diese Karte, bis du sie brauchst. Okay. Hannes. Zwei. Oh. Eins, zwei. Ist da was drin? Ja, ein. Immerhin. Von mir. Eine Karte von mir selber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bitte fünf an mich. Drei, vier, fünf. Die zählt nochmal nach. Aber Papa weiß man nicht. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber ist nichts drin. Guck mal, wir sind alle wieder zusammen hier langsam. Aber gleich nicht. Nicht jetzt. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Darauf. Du darfst hier zwei Herzen aus der Bank nehmen. Die von mir selber. Brücke vor bis auf los. Boah. Hast du ein Glück. Das heißt, du darfst einmal rum und weißt du, was du gleich wieder kriegst? Nochmal zwei. Warte. Erst beim nächsten Mal. Ich hab eine vier. Papa fliegt erstmal ein Stück. Eins, zwei, drei, vier. Nee. Da standst du. Papa kriegt zwei Herzen aus der Bank. Und Mama kriegt eine. Zwei noch. Zwei. 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 Wer ist jetzt dran? Hanna. Nee, ich. Ein bisschen besser zählen. War es schon wieder zu viel? Ja, die kleben zu viel. Die kleben zu dicht. Die sind noch nicht gespielt einige. Drei. Bin ich das, ne? Ja. Hallo. 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 Du bist. Hanna reitet gleich weiter. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fünf. Du bist auf deinem eigenen Feld, darfst sie aber zwei Herzen aus der Bank nehmen. Hast du überhaupt gewürfelt oder war das nur hochheben? Nee, ich habe gewürfelt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Für zwei gehört das Pferdchen das letzte dir. Iha. So, ich kriege bitte auch zwei Herzen aus der Bank, weil ich über losgekommen bin. Drei. Nee, zwei lang. Drei. Zwei kriegt Mama. Die sind alle gleich. Oh. Oh. Dein Pferd muss weiter reiten. Ich? Ja. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. An Papa zwei Herzen. Nee. Wo stand sie? Hier, glaube ich. Okay. Kriege ich zwei Herzen? Ja, du kriegst sie. Ich stand da. Nein. Du musst, gib mal zwei Herzen an Pferdchen. Nein, Papa. Genau. Danke schön. Und mach mich mal drei weiter. Eins, zwei, drei. Oh. Hallo. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dafür habe ich noch einen vollen Stapel. Aber jetzt sind wir wieder ungefähr wenigstens. Eben was kürzer. Hallo, du bist. Oh. Du, 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 du. Du, 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 du. Ein, zwei, drei, vier. Nicht ganz so ruppig, weil du schmeißt unsere ... Ich wieder. Nee, war richtig. Ein, zwei, drei, ja. Sonst haust du unsere Regenbogen weg. Ich komme nicht wieder hier raus. Gehe zu einem Orangenfeld. Wenn es niemandem gehört, bekommst du es umsonst. Ansonsten behält der Besitzer es und du bezahlst ihm zwei. Also würde ich auf dein eigenes Oranges gehen. Warum hast du meinen in der Hand? Der ist mir runtergefallen. Stimmt der da? Nee, ich habe dir doch eben zwei gezahlt, ne? Mhm. Ja, da stand ich. Genau. Du musst jetzt auf ein Oranges Feld, am besten auf dein eigenes. Ja. Hey, Kollege. Ja, Kollege. Was habe ich? Fünf. Muah. Eins, zwei, drei, vier. Papa geht lieber stiften. Bim, bim, bim. Drei am Hammer. Yippie, yippie. Hier. Danke. Buchbox. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Du hast dein eigenes Feld. Hallo, wir kommen uns wieder. Oh, nee. Hallo. Die ist aufdringlich. Nee. Eins, zwei, drei, vier. Vier an Hanna. Jetzt hat Papa hier nur noch eine. Von mir kriegst du auch zwei. Och nee. Ja, sag mal. Johanna kassiert hier ein. Ja. Du bist. Los, auf eins von meinen Feldern musst du jetzt würfeln. Vier. Eins, zwei, drei, stand da. Ja, ist richtig, wo du hin wolltest. Bei Papa wieder. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Genau. Aber ist dein eigenes Feld? Nein. Oh. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Papa kriegt zwei. Und den schnapp ich mir gleich. Ach so, ich bin ja dran. Zwei. Ich habe immer das freie Park. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Passiert gar nichts. Papa ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist dein eigenes Feld. Auf mein eigenes Feld. Gehst du mal mit meinem? Wo bin ich drauf? Auch auf meinem eigenen. Wie viel? Zwei? Zwei. Ja. Du bist wieder. Yippie. Oh, kann man gar nicht sehen. Zwei. Nee, nee, das gilt. Zwei. Das heißt? Mama kriegt zwei. Weißt du, was jetzt passiert? Muss ich dir zwei. Zwei. Nein. Wie viel? Ein von hier. Nein. Mach mal eins nach dem anderen. Ich krieg ein. Richtig? Weil du auf meinem Feld bist. Und wie viel kriegst du, weil du über los gegangen bist? Zwei. Ganz genau. Ich bin die Kasse. Ich bin die Kasse. Eigentlich. Geh mal mit Papa seinem Pferdchen drei weiter. Das sieht nicht gut aus jetzt für Papa. Oh, nee. Eins, zwei, drei. Oh, oh. Was muss er dir bezahlen? Zwei Euro. Oh je. Wenn jetzt nichts passiert für Papa. Das war nur einer. Ja. Hier liegt doch noch einer. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich musste zahlen für Papa. Hat er aber Glück gehabt. Jetzt? Ne? Nein. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Nur zu Besuch. Ey, ich muss lieber hier stehen. Was habe ich? Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Geh zu einem gelben Feld. Kannst du dir aussuchen? Gehst du am besten zu deinem eigenen, ne? Ja. Du musst auf mein. Drei. Eins, zwei, drei ist mein eigener. Sechs. Eins, zwei, drei. Freies Paar. Papa ist brav. Vier, fünf, sechs. Yippie. Fünf. Yippie, yippie. Fünf. Yippie, yippie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh. Fünf Taler. Wie viel? Papa ist pleite. Okay, das heißt, wir müssen jetzt unsere Taler zählen und dann wird entschieden, wer von uns beiden gewonnen hat. Ich habe verloren. Ich weiß, dass ich mehr habe. Ich glaube auch. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, fünfzehn. Oh, du darfst sie nicht knicken. Okay. Swaću. Zwei. Zwei. Zwei, vier, zehn, exten, neun, zehn, elf, zädi, völf. Jede, 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 jede. Jede, 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 jede. Jede, jede, jede. Hannah hat gewonnen. Ich weiß nur, die drunter sind viele. 22. 22. 23. 24. 24. Achtung! Wow! Hannah hat definitiv gewonnen. Du hast ja doppelt so viel wie ich fast. Oh. Aber ich habe mehr. Ja, richtig cool. Du hast richtig abgesahnt, sag mal. Wie hast du das gemacht? Weiß ich nicht. Und wie gefällt dir das Spiel? Gut. Mir gefällt das auch. Ich fände, die Dollar könnten ein bisschen dickeres Papier sein. Die sind sehr lapperig. Aber das ist so dünnes Papier, die kannst du fast kopieren und dir selber ausdrucken auf dickere. Aber sonst ist das schön. Und die Box ist ein bisschen nervig, weil die immer hin und her wackelt. Also im Grunde würde ich das, wenn ich das selber nochmal spielen würde, die Box einfach weglassen. Die Box weglassen, genau. Und das Geld hier direkt drauflegen. Aber ansonsten ist das echt süß. Das ist eine einfache Variante von dem großen Monopoly. Und ich habe gewonnen. Können wir jetzt so nur eine... Ja, jetzt kannst du spielen, wenn du möchtest. Aber vorher sagen wir nochmal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020